Jetzt mal so ehrlich, unter uns Männern, wie geht's dir gerade? Ich meine, wie geht's dir wirklich? Mir ist manchmal einfach alles zu viel und ich weiß als Mann manchmal nicht, mit wem ich darüber sprechen soll. Und wenn dir das vielleicht auch so geht, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dairus Kamadeva und seit 15 Jahren arbeite ich nun mit Menschen im Kontext Beziehungen und helfe ihnen dabei, glücklichere Beziehungen zu führen mit sich selbst und mit anderen. Und in dieser Zeit habe ich mit tausenden Männern arbeiten dürfen und ihnen dabei helfen können, glücklichere, erfolgreichere Leben zu leben. Heute spreche ich mit dir von Mann zu Mann darüber, warum du dich um deine psychische Gesundheit kümmern solltest und was du dafür tun kannst, damit dir das gelingt. Wir Männer, also unsere Väter, Partner, Brüder, Söhne und Freunde, stehen vor einer riesengroßen Gesundheitskrise und darüber wird zu selten gesprochen. Denn ich weiß nicht, ob es dir klar ist, aber Männer sterben im Durchschnitt weltweit fünf Jahre früher als Frauen. Und weltweit stirbt jede Minute ein Mann durch Selbstmord. Und das ist das Ergebnis einer schlechten psychischen Gesundheit. Das kann tödlich sein. Und deswegen müssen wir ganz, ganz dringend darüber sprechen. Themen wie positives Denken, Achtsamkeit, Meditation und Mental Wellbeing sind ja heutzutage Trendthemen. In den letzten 10, 20 Jahren haben sich hauptsächlich Frauen damit beschäftigt. Aber mittlerweile kommt es immer mehr so ins kollektive Bewusstsein von uns Männern. Wir wollen nicht mehr einfach nur diese coolen, emotional abgebrühten Typen sein. Nein, wir wollen eigentlich mehr vom Leben. Wir wollen authentisch leben. Wir wollen glücklich leben. Wir wollen zufrieden und erfolgreich sein. Und das ist eine ganz, ganz wundervolle Entwicklung. Leider gelingt dieses Ziel zu erreichen nicht allen Männern. Um ehrlich zu sein, gelingt es sogar sehr wenigen Männern. Und das halte ich für ein großes Problem. Hier in Westeuropa, wo ich sozialisiert wurde, wo du vielleicht auch sozialisiert wurdest, wurden wir auf eine Art und Weise erzogen, die sehr viel Druck macht. Wir sollen immer finanziell erfolgreicher werden. Wir sollen immer mehr Geld verdienen. Wir sollen immer mehr schaffen. Und viele von uns Männern, viele Männer, mit denen ich arbeite, fühlen sich als Versager, weil sie nicht in der Lage sind, diese Erwartungen der Gesellschaft, die an sie gerichtet werden, zu erfüllen. Und all das wird nur noch schwieriger und komplizierter von Jahr zu Jahr, weil sich gefühlt die Welt immer schneller dreht. Und weil es für uns Männer immer schwieriger wird, ihren eigenen Platz in dieser schnelldrehenden Welt zu finden. Stress kann sowohl gut als auch schlecht sein. Ohne Stress würden wir wahrscheinlich nicht das Adrenalin aufbringen, was notwendig ist, um ein Rennen zu gewinnen, um ein Problem zu lösen, um eine bestimmte Prüfung abzulegen oder andere wichtige Änderungen in unserem Leben vorzunehmen. Stress, insbesondere Langzeitstress, kann allerdings auch ein Faktor sein für Krankheiten. Kann dafür sorgen, dass wir chronisch gestresst sind, dass wir in ein Burnout laufen, dass wir chronische Ermüdungserscheinungen in unserem Leben fabrizieren. Und das sorgt dafür, dass unsere Lebensspanne kürzer wird. Und das ist nicht gut. Der Demograf Marc Louis, ein Universitätsprofessor der Uni Rostock, hat 11.600 Mönche und Nonnen untersucht, um herauszufinden, welchen Unterschied die Gene im Vergleich zum Lebensstil auf die Lebenserwartung haben. Und er hat etwas sehr Spannendes herausgefunden, denn Mönche und Nonnen leben ja sehr, sehr ähnlich, sehr enthaltsam, sehr ruhig, sehr entspannt. Und er hat herausgefunden, dass der Unterschied in der Lebenserwartung eigentlich nur ein Jahr bei Mönchen und Nonnen ist. In der Realität ist er aber fünf Jahre zwischen Männern und Frauen. Das heißt, unsere Gesellschaft sorgt dafür, dass wir Männer immer früher sterben. Moderne Männer sollen Beschützer sein, sollen Ernährer sein, Sportler, kreativer Feingeist, politisch Interessierter, wilder Liebhaber, Feminist, sozialer Aktivist, Vater, Unternehmer. All diese Dinge sollen wir sein. Von uns Männern wird erwartet, dass wir in romantischen Beziehungen immer den ersten Schritt machen. Die Frau ansprechen, sie nach einem Date fragen, sie fragen, ob sie mit uns zusammen sein will. Und all diese Dinge werden von uns erwartet. Dabei wird aber nicht bedacht, dass wir Männer zwangsläufig durch diese Erwartungshaltung an uns auch immer mehr Abfuhren bekommen als Frauen. Diese Abfuhren sorgen für einen emotionalen Stress, für eine emotionale Belastung, von der wir Männer meistens nicht gelernt haben, wie wir mit dieser umgehen sollen, wie wir diese Zurückweisung verarbeiten sollen. Und dieser emotionale Ballast, bestehend aus Verletzungen, Unsicherheit, Angst und Scham, wird dann von uns versteckt, unter den Teppich gekehrt. Wir schauen weg und ignorieren ihn. Und viele Männer versuchen dann dieses negative Gefühl, was sie in sich drin haben, von all diesen Verletzungen, durch wirtschaftlichen Erfolg zu kompensieren. Sie versuchen ihren eigenen Wert in der Gesellschaft durch ihren Erfolg im Job zu kompensieren. Und das mag für ein paar Jahre vielleicht funktionieren, meist nur bis zum Burnout, aber für ganz viele Männer hat das ein riesengroßes Problem, weil sie ständig das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, weil ihnen das die Gesellschaft einredet, weil sie sich das selbst einreden. Und dieses ständige Gefühl des Nicht-Genug-Seins, dieser Minderwertigkeit ist eine Belastung für unsere Psyche, für unsere Seele. Männer müssen sich ihren Freiraum erkämpfen. Wir müssen neu entdecken, was es für uns bedeutet, männlich zu sein in dieser modernen Zeit. Vielleicht will ich gar keinen Managerjob mit dickem Gehalt. Eventuell will ich gar kein muskelbepackter Beschützer sein. Und ähnlich wie der Feminismus für ein modernes Frauenbild gekämpft hat, für die Befreiung der Frauen, brauchen wir auch etwas für Männer, das uns dabei hilft, diese veralteten Rollenbilder, die es leider immer noch gibt, über den Haufen zu werfen, zu prüfen, welche Überzeugungen wirklich noch zeitgemäß sind und wie wir Männlichkeit heutzutage in unserer Gesellschaft leben möchten. Dass wir heutzutage in einer Zeit leben, in der du und ich uns frei, vertrauensvoll über solche Themen unterhalten können, das ist für mich einfach ein Wunder. Früher ging das nicht. Früher war das nicht männlich. Und unsere Gesellschaft, also der Zeitgeist, in dem wir heutzutage leben, ermöglicht uns, ganz individuell unsere eigenen Chancen zu entdecken, zu leben und ein Leben zu leben, das so ist, wie wir es wirklich haben wollen. Dafür haben ganz viele Männer und Frauen vor uns gekämpft. Lass uns diese Männer und Frauen ehren, indem wir unser Leben auf eine Art und Weise leben, von der sie nur haben träumen können. Stress dich bitte nicht, wenn du nicht dem klassischen, normalen Männerbild entsprichst. Jeder Mann hat es verdient, für sich selbst zu entscheiden, was einen echten Mann ausmacht und wie er dieser sein möchte. Das ist natürlich oftmals leichter gesagt als getan und deswegen habe ich im nächsten Video drei hochkonkrete Übungen, die dir Schritt für Schritt erklären, was du heute noch tun kannst. Und ich hoffe ganz, ganz inständig, von ganzem Herzen, dass dir diese Videoreihe dabei hilft, mehr Klarheit darüber zu bekommen, wie deine psychische Gesundheit vielleicht belastet wird und was du tun kannst, um eine höhere Lebensqualität zu gewinnen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier einen ersten Vorgeschmack, eine erste Richtung darüber geben, wie du mehr Klarheit als Mann über deine psychische Gesundheit gewinnen kannst und dich dazu motivieren, etwas achtsamer mit dir selbst und deiner Gefühlswelt umzugehen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du Fragen dazu haben solltest, dann werde ich mir Mühe geben, all diese Fragen zu beantworten. Stell auch sicher, dass du die anderen Videos auf diesem Kanal hier schaust, denn da gibt es noch ein paar andere spannende Videos rund um das Thema Gesundheit und Bewegung.